Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Winding of Icehack, dem heutigen Zusatzvideo. Wow. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal ein paar Videos zu produzieren, weil ich keine Zeit habe, Videos zu machen. Weil ich die immer im Notfall hochladen. Weil ihr euch halt manchmal mit veralteten Videos abgeben müssen, aber ist ja egal. Giga hantiert noch nicht zum Boss mit nur zwei Leben. Hatten wir die zwei Leben? Ein, also ein Herzen. Wäre ein Mein Kampfleben abgezogen? Die explodieren? Ne, ich glaube, diese Viecher hier haben ja auch schon eins abgezogen. Ist das denn für ein lauter Sound? Bin sowieso lauter. Meine Stimme ist extrem laut, denn wie süß ich weiß. Vorher war sie zu leise, jetzt ist sie zu laut. Wie seid ihr zufrieden? Da kann ich mich auch verhandeln, wenn ich mich nicht mehr... Wenn man sieht das Logo oder so aus. So, und jetzt beenden wir die Folge. Ich sag tschüss, mitdöse. Ja, aber, klar. Ich sage das. Als ihr jetzt gerade so viel Kader gestoßt seid oder noch nie so weit in den Kopf, weil ich immer im ersten Buskampfstelle, also fast immer. Das Spiel ist doch unmöglich. Scheiß Baby. Ich hätte erst das Baby töten sollen, ich weiß. Aber jetzt bin ich sechs. Ich bin ganz schön hoch geworden. So, ich beende die Folge. Tschüss, mitdöse. Das ist heute doch kein Zusatzvideo. So ein Zusatzvideo. Oh, so ein Zusatzvideo. Tschüss mitdöse.